So, gehen wir da mal ran jetzt hier. So, hier ist schön, da ist noch was, dahin ist auch noch was. Leute, es ist ja wichtig, dass man in diesem Tag eine Struktur hat, gell. Dass man sich jeden Tag was vornimmt, dass man nicht die Decken auf den Kopf hält, gell. Und heute habe ich mir hier die Seite vom Schrank vorgenommen, gell. Guck da, da ist noch was, da, hier, hier, hier. Damit kann man sich wunderbar über zwei, drei, vier Stunden beschäftigen, ne. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Buddhismus busy auskennt. Ah, müsst ihr aber nicht. Gute Reinigungsmittel tut's auch, gell. Guck, da ist auch noch was hier, siehste, da, da war auch noch was hier. Obwohl ich gestern schon mal drüber bin, guck mal hier. Eine Struktur, es geht nix, immer eine Struktur, sorry, ich muss da ein bisschen ruhen. So, da haben wir hier. Und ich spiel da mal eigentlich, ich glaub so ab sechs oder so. Ich bin ja seit zwei Uhr an dem Schrank hier dran, ne. Und immer wieder entdecken. Da ist noch was, ne. Schon im Griff, ne. Da geh ich noch mal mit. Desinfektionsmittel rüber. Hab ja noch eine Fläschchen. Das meiste hab ich ja getrunken. Und Trump meint, das wär gut. Aber mir hat's jetzt nicht geschaut. Ich prob zwei Tagen auf dem Klo. Aber, soweit. So. Naja, ich denk das wird noch für heute reichen. So, hab ich wieder mal schöne Struktur gehabt. Ja.